Ich treffe jetzt gerade Deppke-Leute aus Bochum. Yalla, hallo! Immer anrufen, wenn ihr Hochzeit habt. Joseph Fidelahib aus Bochum. Aus Bochum. Die Datafone-Nummer schreibe ich unten vorbei. Der einzige. Yalla, yalla. Alla maakum. Dankeschön. Moin, moin, moin. Was geht ab hier? Ich bin mal wieder spontan mit einem Porsche Panamera. Was habt ihr gesagt? Porsche Panamera. Okay. Benziner, 520 PS. In Siebeltsbrück. Gerade unterwegs. Das ist der Wagen hier. Porsche Panamera. Benziner. Jetzt teste ich mal den Motor von denen. Ich trage mich mal ein hier. Bei den Porsche Panamera. Erstmal. Links ist der Wagen, ne? Na, andere. Ja. Das ist King Burger, Mann. Du musst wieder einmal und rast bleiben. Ja? Oho! 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 Ist dein Traum erfüllt, mit dem King Burger ein Video zu drehen? Ja, auf jeden Fall! Das ist der Porsche Panamera, nicht nur ein normaler, 4S. So sieht der von innen aus. Hier sieht der von hinten aus. Wir sind gerade im Waschhandag, ne? Wollen den Wagen mal waschen. Der King Burger macht jetzt mal ein bisschen Sport hier und hat dieses Teil hier gesehen. Mal gucken, was danach passiert. Ne? Oho! Wie, wie, wie. Now was passiert? Oho! 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 Ich bin hier gerade in Bad Zwichterahn und gönn mir mal eine Bootfahrt. Hier ohne Filmeschein gar nichts. Fahre ich jetzt einmal rum und ein bisschen den Ausblick aufnehmen. Nicht nur von mir. Was machst du denn eigentlich? Was geht denn hier auf? Was ist das für die Musik dahin? Kannst du, dass der Bensin leer ist? Ich weiß nicht, was so langsam ist. Aber sonst noch was anderes zu fahren. Nicht nur eine dicke Karre, aber was Genülkisches. Da hat man eben hintergrund der Musik eigentlich. Das ist nicht meine Musik jetzt eigentlich. Moin! Ein Alka! Der eine war nett. Moin! Das ist nicht so gut gelangt. Aber jeder hat mal seine Tabe. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts! Jetzt probiere ich meinen Rückplatzgang. So. Ich bin überfordert. Fällt der jetzt Rückplatz? Fällt der jetzt? Na gar nichts. Ich muss mich nur lenken. Ich kann auch hier chillen. Aber wirklich muss ich einfach lenken. Also mir fehlt jetzt gerade so Pedale. Aber Pupplung und Ladengas. ganz am Ende ist sowas wie Kaffee oder eher so Restaurant mäßig. Der andere wird ein neues Haus von mir sein. Ein ganz neues Haus für meine Geschwister. Einer alleine kann träumen. Aber wenn mehrere gemeinsam träumen, wird es die Realität. Die Chance deines Lebens. Mehmet E. Gökha. Wir kommen jetzt zum Ende an dieser Fahrt. Und ich möchte erstmal alle Leute, die mich kommentiert haben. Assalamu alaikum. Rahmatullah. Barakatuh. Karim. Und alle, die viele Klicks gemacht haben, möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Porsche Paramera. Ist ein schönes Ding. Ist auf jeden Fall was für mich. Es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall mit dem Wagen hier zu fahren. Schreibt mir in die Kommentare. Nicht vergessen, einen schönen Abonnieren hier. Und Ciao.